Herzlich Willkommen wieder zu SOMA. So, letzte Folge haben wir endlich Catherine getroffen. Nachdem wir wieder eines Unterwasserspezialgängchen gemacht haben. Und haben ein neues Monster getroffen. Yeah! Hm, Datei wiederherstellen. Ah, ich ja. Ja, klar. Hm. Hm. Interview. Mach schon. Sind Sie über den Park? Erstens konnte ich nicht wirklich den Punkt sehen. Aber dann dachte ich, warum sollten wir nicht, richtig? Ich meine, wenn wir einfach nur ein kleines Stück von uns selbst schützen können, warum würden wir das nicht machen? Also, Sie sind auf dem Weg. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir das machen. Warum? Warum? Warum sollten wir auch nur den letzten von uns retten? Ja. Ja. Okay. Okay. Ja. 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 Ich habe kein Wort verstanden. Ja. Das hat er recht. Oh, das sieht aber schön aus hier. Ja. 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 Würden sie ihre Wahrnehmung beschreiben? Hm. Malia wartet nein. Auf jeden Fall bewusster. Zustand beschreiben. Hm. Ich mag es nicht. Irgendwas stimmt nicht. Beunruhigt sie die Tatsache, dass sie nicht länger rein menschlich sind? What? Ähm. Wie nehmen sie ihre neue Existenz vor? Ist es eine direkte Vorstellung meines Vorhergehen selbst? Nee. Das passt ganz gut. Ist vielleicht neu geboren? Nee. Hm. Hm. Finden sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Nee. Ein neuen Sinn in dieser Welt? Nee. Kommt ihr darauf an, was... Wir glauben ja, dass es echt ist, wenn man es glaubt? Ich denke schon. Möchte nicht aus dem Projekt entfernt werden? Und den Tod abschettieren? Nein. Ich habe einen Tracker auf dem Ark. Oh, das ist clever. Was ist das? Ist es noch nicht funktionierend? Ich glaube so. Es macht wenigstens etwas. Venus? Warte, ich versuche es zu finden. Das war noch irgendwo hier. Bei Portugal war das, ne? Ich habe irgendwas mit Portugal im Kopf. Hier? Bestimmt hier bei Vieh. Bei Tau? Tau. Naja, bestimmt da oben. Ich habe es gefunden. Es ist an einem Ort namens Tau. Oh, ich weiß nicht. Es ist so gut. 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 Ja, es ist doch eh nur 1.99. Wie ich jetzt gerade... Also... Ja... Ich werde uns da nehmen. Ich kann gehen, jumpen, schwimmen, irgendwie... Du bist in der Türöffner, der Omni-Tool. Ich werde dich dort einfach tragen und du zeigst mir, was zu tun. Ich bin so sehr riesig. Ich dachte, ich mag nicht die Identität, dass du in der Raum fährst. Ja, soll ich dich hier liegen lassen? Das ist das, was du willst, deine letzte Mission. Lass uns den Ark. Du musst einen letzten Weg finden, wo du bist. Du bist in der Raum fährst. Du hast es wegen Theta und dem Dumpass noch funktioniert. Okay. Also gehen wir zum Theta. Ich weiß nicht. Es ist ziemlich weit. Kathrin, schau dich auf. Was noch da noch zu tun? Du wirst, was? Ich habe einen Stunten Vessel in der Mitte. Ich glaube, das könnte uns zu Theta führen. Really? Es sah komplett aus der Art. Es war sogar ein wenigstens, wenn ich den Omni-Tool auf den Punkt habe. Okay, dann. Los geht's. Ich werde nur noch ein wenigstens. Ich werde einfach mit dir. Okay. Kommt das Vieh jetzt wieder? Okay. Ja. Komm schon, ich komm schon. So. Komm schon, ich komm schon. So. Warte, warte. Okay. Just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Danke. Okay. Ja, dann. Go, go. Schnell, 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 schnell. NEIN! Mach auf, mach auf, mach auf! Dann. Tschö, blödes Monster. Hehehe. Hehehe. Okay, zum Boot, zum Boot. Ich hab nicken lassen. Zum Boot. Boah, gut, dass ich die Tür offen gelassen hab. So. Tür. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Tür zu. Hab ich gesagt. Hallo. Ey. Ja, dann halt nicht. Was ist das? Was ist das? Tür zu. 4. Hey, Simon. Kannst du mich hören? Ich höre dich. Kannst du das Ding laufen? Hör auf, ich gebe es dir. Ja, natürlich. Ich krieg die Tür nicht zu. Aber die... Oh. Was würde sich denn? Verdammt. Die Tür kam von einem Kiri. Es war ein Schiff, das du gesehen hast. Es ist ein Schiff, das wir machen. Es ist ein Schiff, das wir machen. Vielleicht kannst du ein Schiff, das hier drin finden. Das hört sich ein Plan. Ich werde einfach die Sicherheitsinformationen finden und die Omnit-Tool verändern. Da. Das sollte dir helfen, dass du dich herumdrehen kannst. Great. Juhu. Na dann. Na dann. Oh oh. Du bist ein böser Roboter. Geh weg. Geh weg, lass mich nur wo. Geh weg 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 Ich werde nicht alt. Was ist das, Wack? Boah, mach die Tür auf, Mann. Boah, grausig. Warum unter Wasser? So schon grausig genug. Ach du Scheiße. Wer macht sowas bitte? Ganz ehrlich. Oh oh. Oh oh. Schon kein gutes Zeichen, wenn das Krisseln anfängt. Aber mein Fuß ist eingeschlafen, das ist auch nicht so gut. Ja, bestimmt macht mich hier gleich irgendwas wach. Alter. Hast du diesen Effekt? Dieses Krisselkrissel. Boah. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was ist das jetzt? Oder? Uncool. Voll uncool. Aber ich bin jetzt gemein. Was in der nächsten Folge passiert, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin. Bye bye. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. I was okay. I was happy. No! No!